Wieder weiter mit Devil May Cry 1. Obdrag 3. Zerstöre die Leidenschaft. Verstehe die... was? Verstehen Sie den Test und verdienen Sie sich den Stolz der Löwen. Okay. Okay. Oh. Hier steht etwas geschrieben. Den Stolz des Löwen erhalten nur jenen, die den beschwerendlichen Weg gehen. Also das würde uns das hier reingehen. Das ist nur die Frage, wohin führt uns diese Brücke? Okay, das ist keine Brücke. Hä? Ich will nicht in der Mitte rein gehen. Das Symbol ähnelt dem Abmessstab, der in der Lohen Kunst der Alchemie verwendet wird. Ich fürchte eine rätselhafte Macht in mir, die ich aber noch nicht ganz verstehe. Hier steht, geht den Wurzeln zurück und du wirst mit dem Löwenherz aus der unendlichen... ...Iphes rückkehren und den Stolz des Löwen mit dir tragen. Geht zurück. Okay. Oh, okay, ich weiß nicht. Okay. Okay. Okay, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das jetzt oder was? Stolzes Löwen, ein Zeichen der Stärke und sichtbar, wenn man den Hüter des Löwentors umgehen trägt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich bin ein bisschen kämpfli. Ja. Woa! Nein, oh. Oh, die müssen heilen, 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 heilen Heilen Und die Tür wurde erst freigeschüttelt. Oh, der hat gefüllt. Und B. Speichern. Ich glaube wir haben den einfachen Modus jetzt ausgewählt. Der einfachste Modus. So, Auftrag 4, Schwarzer Ritter. Geigen Sie den Löwen ihre Kraft und öffnen Sie den Weg und holen Sie sich die Melancholinseele. Ja, immer noch. Jetzt fährt man nicht die Luftankreffung, oder? Das heißt ja, was nehmen wir Wurbelanteile. Wurbelanteile. Ja, Wurbelanteile. Und das ist... Exilus? So. Und... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Yeah. Wir sind auf. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. Ja, bitte, bitte. Hier unten ist... Hier unten diese Öffnung steht etwas geschrieben. An diesem Ort versammeln sich die Eröffnungsseelen. Nein, ich habe noch nicht... Warte, ich habe noch nicht gesehen. Okay. Okay, dann gehen wir erstmal... runter. Ja. 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 Eine unglaubliche starke Macht hält alles fern. Bevor ich den Löwen gegenübertreten kann, benötige ich ein Zeichen. Soll ich dieses Gegenstand verwenden? Stolz des Löwens. Ja. Hier schläft der Torwächter. Die Zerstörungskraft des Zaubers wird ihn erwecken. Ja. 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 Das war's für heute. Okay. x6 x7 x7 häääe warte x7 x8 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 So können wir die Punkte nicht Diese Tür, warum geht es nach oben? Hier steht etwas geschrieben Verschwert Ist der Schlüssel Mit dem die Seelen befreit werden können Der Schlüssel liegt an der höchsten Stelle Gehen wir hier rein Es ist diese Statue einer Frau Die einen mechalonischen Gesichtsausdruck trägt Hier ist eine Öffnung In die man etwas hineinstellen kann Hier ist wieder eine Tür Hier muss der Woher geschlafen haben Eine unglaublich starke Macht Die Tür ist verschlossen Die Tür ist verschlossen Das war's Vielleicht müssen wir runter Hier sollte man zu spüren Ähm Das Schwert Ist der Schlüssel Der Schlüssel liegt In der höchsten Stelle In der höchsten Stelle Hier ist der Schlüssel Hier ist der Schlüssel Ja Und der Schlüssel Ein Schwert Das nicht als Waffe einsetzt werden kann Oh Mann, das war alles. Wirklichkeit, wirklichkeit, wirklichkeit. So, das ist ein bisschen, yep. 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 Hä? Das war schon ein bisschen, ja. Das ist das Schlüssel. Ja, oder vielleicht hier. So eine Eröffnung, was man dann reinsteigen soll. Soll ich dieses Gegenstand verwenden? Oh, du Schwert. Echonische Seele, ein Organment, das einer Seele ähnelt. Einmal aktiviert, verliert es nach und nach seine Macht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Proof in der Nähe. No guez. Oh oh! Yeah, das war's. Ja, du bist gleicher. Oh, oh. Ist das der schwarze Ritter? Wie sieht du aus wie ein schwarzer Ritter? Ich glaube, er will mit uns campen. Wir können nicht mehr zurück, wir können aber hier was kaufen, wenn wir Punkte hätten. Okay, dann gehen wir mal raus. Loll. 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 Nein, ich wollte blocken Ich werde es nicht mehr so gut Ich werde das nicht mehr so gut Banner müsste jetzt schossen Und das macht . . . . . Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. WDR mediagroup Glocken WDR mediagroup Glocken WDR mediagroup WDR mediagroup Glocken 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 WDR mediagroup Glocken